Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Ich bin noch nicht beim Rühren. Zieh! Ja. Zieh! Ja, hab ich auch! Boah, ja! Ich hab auch nur eine 2, warum? Wieso das denn? Boah, nee! Also, das geht nicht! Hey, Leute! Was geht? Kann ihr mit? Danja! Hallöchen, Danja! Ja, das ist schon unser zweiter Tag hier an der Royal High Schule. Und es gibt Frühstück. Aber ich werde das Frühstück verpassen. Ich werde heute nicht frühstücken. Jetzt. Ich muss erst mal meine Bücher holen. Was haben wir denn heute überhaupt? Wir müssen mal gucken. Wir haben Chemie auf jeden Fall wieder. Backen haben wir auch. Mal gucken, welche Noten du heute bekommst. Ja, du auch. Ich glaube, dieses Mal wird es besser als beim letzten Mal. Es muss einfach. Es muss. Okay, also wir haben heute in der ersten Stunde haben wir Backen, dann Sport, dann Chemie, Schwimmen. Ich glaube, Schwimmen hatten wir beim letzten Mal nicht, oder? Kunst hatten wir auch nicht. Nee, aber da hatten wir einfach so normal Sport, ne? Ja. Das haben wir heute auch. Also heute haben wir einen neun Stunden Plan. An unserem zweiten Tag hier in der Royal High. Und mal gucken, ob ich hier heute zum Streber werde. Ob ich überall... Also meine Mission heute, meine Challenge ist heute, überall eine Eins zu bekommen. Uff! Okay. Und das sollte auch deine Mission sein, Danja. Ja, natürlich. Ich meine, ich hätte schon gerne gute Noten. Nee, ich habe auch eine Challenge. Ich muss überall mindestens... Ich sage eine zwei. Komm, überall mindestens müssen wir eine zwei schreiben heute. Okay. Wir machen heute überall mindestens eine zwei. Okay. Gut. Ich würde aber so gerne wieder Haare haben. Achso, ist das noch vom letzten Mal? Ja. Ich weiß nicht, wie das geht. Warte, hier Hairstyles. Stoppe ein Dress ab und dann... Ja, ja. Da habe ich halt letztes Mal meine Haare verloren. Deshalb, ja, keine Ahnung. So, es geht zur ersten Stunde. Du weißt noch, wie Backen funktioniert, ne? Ja. So, ich gehe mal zu Station 11. Oh, nee, jetzt habe ich hier schon wieder... Oh, jetzt bin ich schon wieder überall. Hier ist ja alles voll. Warum ist denn hier immer alles voll? So, mal gucken, was für ein Cupcake ich heute machen werde. Ich bin auch gespannt. Bei welcher Station bist du denn? Äh, ich bin, glaube ich... Also, ich bin relativ weit hinten. Tatsächlich. Okay. Ich will heute so ein Galaxy Cupcake machen. Ich... Ja. Achso, warte. So. So, mal schön. Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Ich bin noch nicht beim Rühren. Wie schön. So, ich glaube, das kommt hier in den Ofen. Sehr gut. Wie ist es mit diesem Hold'n Shake? Also... Einfach festhalten und von rechts nach links einfach die ganze Zeit. Okay, gut, dann mache ich es richtig. Ja, machst du schon richtig. Das wird vielleicht eine Zwei diesmal bei dir. Ja, ich glaube auch. Ich hoffe, besser wäre es. Ich habe nicht Lust, schon wieder so einen schlechten Cupcake zu machen. Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Okay. Ah, ich mache heute... Oh, Kirsche. Ja, das klingt gut. Oh, ich habe richtig was Tolles. Möchtest du ein? Ich bin noch nicht fertig. Warte, warte bitte. Ja, aber tut mir leid. Ich muss jetzt meine Cupcakes verteilen, sonst kriege ich keine gute Note. Möchtest du auch was? Bitte schön. Tanja, wo bist du denn? Ich würde dir gerne einen Cupcake bringen. Ja. Hier. Warte. Warte, ich muss sie hier... Alles gut, du kannst weitermachen. Gib dir einfach einen. Bitte schön. Oh, danke schön. Und bitte schön. Chocolate Chip. Damit habe ich meine Mission heute geschafft. Also ich hoffe... Hier bitte, kannst du von mir bitte auch gleich annehmen? Also du musst auf mich klicken und dann einfach auf Yes. Also du musst mir einen anbieten. Dann gibst du mir das automatisch. Danke. Oh, sieht sehr lecker aus. Ich hoffe, das wird eine 2, sage ich dir. Ich hoffe auch. Okay, ich habe alle Cupcakes vergeben. Okay, wir kriegen auch gleich unsere Noten. Guck mal, ich habe jetzt auch wieder Haare. Toll, oder? Ja, sieht schön aus. Outfit. Aber vorher hast du mir auch schon gefallen. Oh, danke schön. Ja, ich bin heute mal nett. Ich merke schon. Okay. Oh, Prinzessin. Oh, wir haben beide eine 1. Juhu. Ja, damit haben wir die erste Runde. Gut geschafft. Darauf ein Shuffle Dance. Ich kriege meine Eule einfach niemals los. Die ist auch cool. Die Eule muss auch sein. Die ist da einfach für immer verankert. Immer. Das finde ich ganz lustig. All righty. Okay. So, was haben wir jetzt in der zweiten Stunde? Oh, Sport haben wir wieder. Oh, ich freue mich auf Kunst heute, was wir da machen müssen. Weil einige Fächer hatten wir ja letztens nicht. Ja, das stimmt. Ne? Kunst hatten wir nicht. Nee, Kunst hatten wir nicht. Englisch hatten wir auch nicht. Und schwimmen. Ich habe hier so ein Reader-Outfit. Da hätte ich natürlich schon auch gerne rote Locki Gare dazu. So. Jetzt musst du das aber vernünftig machen, ne? Bei Sport. Ja. Das ist so ein Parcours. Okay. Aber Start. Hast du dich? Ey, du musst dich hierhin teleportieren. Ja, ich bin doch hier. Ich bin hier. Alles gut, ich bin da. Okay, wir werden gleich an den Start gebracht. Und dann gibt es einen Countdown. Und dann musst du es versuchen zu schaffen. Okay. Ich habe jetzt hier rote Haare. Sehr schön. Warum stehe ich denn hinter dir? Keine Ahnung. Was ist das denn? Ah, das ist so Obi-mäßig, ne? Ja, so ein Hindernislauf ist das jetzt hier. Oder Hürdenlauf, besser gesagt. Mhm. So, und danach geht es nach Lügens. Du musst dir dann auch mal noch was anderes anziehen. Hier gibt es voll coole Klamotten. Ja, okay. In der Pause, okay? Ja. Gut. In der Pause mache ich das. Sehr gut. Ich mache das auch immer zwischendurch. Dann gehöre ich zu den Kuhl. Ja, eh schon, weil du mit mir abhängst. Ah, 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 ah. Absolut nicht. Hä? Klar. Was denn? Ah, schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Huch. Yes. Okay. Hoch, hoch, hoch. Jawohl, jawohl. Okay. Und da muss ich doch hier die Glocke so. Ja. Dings nennen, ne? Aber warum geht denn das nicht? Ja doch, ich glaube, das ist schon. Achso. Okay. Weil die Zeit vielleicht noch nicht rum ist. Achso, weil die anderen noch Zeit haben, weißt du? Mhm. Okay, also Sport war auch wieder ein Erfolg. Komm schon, eine Eins, eine Eins, eine Eins mit Sternchen. Wie war das denn bei dir? Also, ich glaube, Sport war nicht so dein Lieblingsunterricht, ne, früher? Ähm, hier bei der Royal High, oder? Nein, sondern im echten Leben. Ne, ich fand's gar nicht so schlimm. Okay. Ähm, also es war eigentlich in Ordnung. Ich, ich hab halt, äh, vieles nicht machen können. Ja. Aber ansonsten. Ich war immer ein Fan davon, wenn wir in den ersten beiden Stunden Sport hatten. Echt, warum? Weiß ich nicht, kann ich mich freuen. Ich fand das immer nicht so cool. Ich hab nur eine 2 bekommen? Ich hab auch nur eine 2. Warum? Wieso das denn? Hä? Ich meine, okay, wir haben unsere... Ey, was ist das denn hier? Wir waren voll schnell. Wir waren doch mit die Ersten. Wir waren die Ersten. Also, oben saßen welche, aber die haben ja nicht mitgemacht. Also... Boah, ne, also, das geht nicht. Das geht doch nicht. Nicht schlimm, wir haben jetzt Chemie. Also, wir haben unsere 2 ja trotzdem geschafft. Dann ja, brauchst du dich nicht aufregen. Aber wir waren doch voll schnell. Ja, jetzt kommt es in Chemie, weißt du, ne? Wird es wieder schwierig. Ja. Dann müssen wir wieder unsere Zaubertränke mischen. Yes. Ja. So, wir gehen jetzt zur Chemie und mal gucken, welche Note wir da heute bekommen. Also, das letzte Mal lief ja für uns beide ganz gut in Chemie, ne? Ja, eigentlich schon. Okay, alles klar. Du weißt, du musst die richtige Reihenfolge einfach nur drücken. Yes. Tja, das kriegen wir hin dann, ja. Oh, das kriegen wir hin. Ich hoffe, das. Okay. Okay, nice. Uh. Tja, kies. Lila. Orange. Rot. Hör auf, das zu sagen. Hör bitte auf, das zu sagen. Ich komm nicht hinterher. Ah. Ich schon. Das wird eine Eins. Das wird auf jeden Fall eine Eins. Ja, es kommt doch, glaube ich, immer darauf an, wie schnell die anderen sind, oder? Weil man fliegt doch dann immer raus. Wenn man langsamer ist als die anderen, fliegt man raus. Ach so. Und wer dann quasi, ich glaube, die letzten drei oder so, bekommen dann quasi... Ach so. Was? Ich bin rausgeflogen? Awww. Weißt du, wer noch drin ist? Nee, warte, ich kann noch, ich kann noch, ich kann noch. Ach, du kannst noch? Okay. Dann bist du vielleicht einfach nur aufgestanden. Ich weiß es nicht, das war komisch gerade. Ich wünschte, ich könnte dir das beantworten, wie du da runtergefallen bist. Sportlich, sportlich, aber machst du jetzt noch mit? Ja, ja, ich konnte noch mitmachen. Okay, jetzt bin ich auch rausgeflogen. Aber du musst mal gucken, ob du noch mitmachen kannst. Ich konnte danach noch mitmachen. Nee, ich nicht. Nee, ich glaube, jetzt gibt es gleich Noten. Juhu! Aber wir waren auch recht gut. Ja. Aber es haben viele eine einzelne Chemie bekommen. Ich glaube, Chemie ist ziemlich einfach. Pause, nee, ist noch nicht Pause. Es ist jetzt hier wieder diese... Die kurze Pause haben wir jetzt. Diese Zwischenzeit. Oh, danach haben wir was Neues. Wir haben Schwimmen. Darauf freue ich mich. Oder warte mal, wir hatten... Doch, wir hatten Schwimmen. Das war doch das mit dem Springen da. Nein, das war Sport. Ah, nee, stimmt. Nein, 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 nein. Nein, stimmt. Stimmt, Schwimmen hatten wir schon. Sorry, Leute. Sehr, sehr cool. Ich mag ja dieses Spiel. Die Leute, kennt ihr vielleicht noch andere Schulen, wo wir drauf könnten? Ich meine, wir sind momentan ziemlich zufrieden mit der Royal High, aber vielleicht wollen wir auch die Schule mal wechseln zwischendurch. Ja, einige fliegen halt einfach, aber ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Glauben. Also... Oh Gott, jetzt wird es schneller. Jetzt wird es schneller. Wird es? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, ja, ich sehe dich auch. Aber ich habe dieses Mal keinen Balken, komischerweise. Ja, bei mir war das letztens auch so. Deswegen war ich so verwundert, als du mir das gesagt hast, weil ich das bei den anderen auch nicht gesehen habe. Sehr, sehr seltsam. Mhm. Ja, vielleicht kann sich die Schule nicht überall... Yay! Hast du eine Eins? Mhm. Ja, warum habe ich denn jetzt nur eine Zwei? Oh! Aber wir waren doch gleich lange drin, oder? Ja. Aber vielleicht... Warum habe ich denn nur eine Zwei? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich der Lehrerliebling. Wer weiß. Kann. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind zueinander. Ja, also in der Schule geht es doch. Ich freue mich jetzt... Ja, stimmt, ihr benimmst du dich. Ich freue mich. Ich habe schon mein Kunstbuch dabei und gleich geht es zu Kunst. Und das hatten wir noch nicht. Ich freue mich. So. Los geht's. Kunst, Kunst, Kunst. Das wird toll, sage ich dir. Oh, yes. Ich setze mich ganz nach vorne. Ja, ich komme auch mit vorne. Ich bin gespannt. Ach, wir sind gar nicht ganz vorne. Achso, wir müssen das vorne quasi nach... Nach... Oh, ja, das wird schwierig. Äh, äh, okay. Sieht nach Minecraft aus. Yes, but... Aber... Okay. Achso, bei... Bei neun hast du, äh... Ah, okay, okay. Du musst bei neun gibt es Paintbrush. Ah. Und dann kannst du das... Ach, ich bin ja echt eine Pfeife, ne. Okay, so. So. Ich hab grad gedacht, wie soll ich das denn jetzt machen, aber gut, okay. Das ist natürlich... So ergibt das schon ein bisschen Sinn. Jetzt geht er mal weg! So. Nein! Wieso? Was war das denn? Oh, nein! Warum ist das jetzt auf einmal weg? Versteh's nicht. Kahn, verstehst du's? Ja, ich versteh's, aber... Oh, nein. Ich glaub, man muss das... Ich weiß nicht, ob man das Bild einfach drauf lassen muss. Die schlechtesten einfach. Komm schon. Komm schon. Bist du schon fertig? Ich bin schon fertig, aber ich weiß nicht, ob das so bleiben muss, oder ich versteh's nicht ganz. Achso. Ich warte jetzt einfach, bis die Zeit vorbei ist. Oh, nee! Oh, doch! Wir haben's doch geschafft! Ja, ich hab aber auch nur wieder ne zwei. Ja, ist doch nicht schlimm. Ich hab ne eins. Ja, ist doch nicht schlimm, weil ich hab ne eins. So, wir haben jetzt Pause. Treffen wir uns in der Kantine. Ja, beim Mittagessen. Ja. Ich zieh mich aber erstmal um. Okay, du kannst dir schon mal was zu essen holen. Yes, 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 yes. Oh ja, Spicy Curry with Rice. Das klingt so, als würde es mir sehr schmecken. Jawoll. Das ist auch cool. Man kann hier so seine Karte reinschieben und dann kann man das kaufen damit. Das ist echt ganz cool. Mh, bei mir gibt's gerade Curry mit Rice. Bestes. Ja, schön. Bestes. Bestes. Mh, oh, das hat gut geschmeckt. Ach, das hat... Ah, doch, ich hab ne neue Hose, neue Schuhe hab ich auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist doch solide. Ist okay, ne? Ja, vielleicht noch... Magst du dir noch irgendwas auf den Kopf setzen oder so? Oder andere Haare? Ja, warte. Ja, so ist doch cool. Mit dem blauen Haar. Nee, warte, warte. Ich will sowas hier. Oh, hello. Okay. Okay. Naruto-Vibes krieg ich da. Da krieg ich ja Naruto-Vibes. Ja, ich bleib so. Ich find's richtig cool. Oh, jetzt kann ich nichts mehr essen. Oh, toll. Oh, sorry. Ja, nicht schlimm. Es ist Englisch. Es ist jetzt Englisch. Ja, ist nicht schlimm. Ich darf zu Englisch nicht zu spät kommen. Ja. So. Aber du hast noch meinen Cupcake. Dann isst mein Cupcake. Ja, ich hab hier noch einen. Von... Ja, von mir. Deiner? Ja. Ja. Danke. Okay, wo ist jetzt hier? Hier. Das ist Lecture. Oh, ja. Das ist echt schön gemacht hier. Wir hätten hier schon viel Ehre. Komm hier vorne. Time for Popquiz. Ach ja. Ja. Ach so, wir müssen, glaub ich, die richtigen... Also, die Rechtschreibung ist hier, glaub ich, richtig. Müssen wir drauf achten. Äh, ein... Ach so. B. Ich... Ich hab keine Brille auf. Also, jetzt mal wirklich... Ja, ich hab schon. B. Ja. Ich hab das angeklickt, aber... Muss ich das irgendwie bewegen oder so? Ey, ich setz mich hier... Mich hier hin, das ist voll komisch. Geh nach vorne. We'll have to wait. C. Ja. C. Ja, hab ich auch. Oh, ja. Ja. Ach, ich seh gar nichts. C. C. Ja. C. Okay, so ist besser. Englisch macht aber Spaß. Ja, find ich auch ganz cool. Aber ich seh es grad nicht so gut einfach. Äh, ich glaub A, oder? Ja. Ja. Ja, deswegen bin ich nach vorne gegangen. Ja, genau. Jetzt bist du auch. Ja, ich auch. Was pop... Oh, jetzt kommt hier so ein... Mh... Minispiel. Okay. Bei mir nicht. Ich hab grad ein Minispiel... Ach so, bei... Mit den Bubbles? Ja. Ach so, ja. 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 Wow! Wir sind richtig gestrehbar. Mhm. Sehr gut. Letzte Stunde heute ist... Informatik. Schon wieder. Müssen wir wieder was abtippen. Ja, ich pack jetzt schon mal meine ganzen Bücher rein. Alles klar. So. Jetzt nochmal Compute. Hatten wir Informatik beim letzten Mal? Ich glaube schon, oder? Ja, hatten wir da. Da mussten wir so Texte abschreiben. Ich muss jetzt hier nochmal... Oh, super. Ich hab Diamonds bekommen. Stimmt. Da müssen wir den Text abtippen. Ja, in den Chat. Da waren wir aber, glaube ich, ganz gut letztes Mal. Bist du hier vorne? Ja. Ja, ich bin ganz vorne. Ja. Dieses Minispiel, da steht jetzt die ganze Zeit dieses Pop the Bubbles until there are none left und sowas. Ja, dann pop die Bubbles. Hab ich. Sind schon alle weg. Dann ist da so ein Kreuz, so ein Seesternkreuz. Ah, okay. Ah, okay. Danke. Nein. Komm schon. Nächster Satz. Nächster Satz. Nächster Satz. Ja, wir sind ähnlich schnell. Heute darfst du mal schneller sein. Dankeschön. Du bist so nett. Man hat aber ein bisschen viel Zeit heute, hab ich das Gefühl. Ja, hatten wir letztes Mal aber auch. Zum Abschreiben haben wir viel Zeit immer. Stimmt. Das muss aber auch nochmal eine Eins werden hier. Ja, besser ist, oder? Wir sind doch fast die schnellsten. Das stimmt. Das stimmt. Richtig. Das werden wir noch machen, aber heute war nochmal die Schule dran und dann, Dania, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal in der Royal High. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao.